Hallo liebe Microflare und herzlich willkommen hier zu der Texture Pack Vorstellung von dem Texture Pack Porkshop Media heute am Freitag. Das Porkshop Media Texture Pack wurde von dem YouTube Kanal Porkshop Media erstellt. Es ist im Comicstil gehalten und nicht der realen Welt sehr nah. Besonders die Erze, Waffen und Monster sind sehr gelungen dargestellt. Aber auch alle anderen Blöcke sind toll gemalt. Ich persönlich benutze es auch sehr häufig in meinem Minecraft und es gehört auch zu meinen Top Texture Packs, die es überhaupt für Minecraft gibt. Auch das Menü ist sehr schön dargestellt und es ist mal ganz anders als jedes andere Menü, was ich kenne. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ihr könnt dann jetzt auch noch in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat und was für Texture Packs ihr nächsten Freitag sehen wollt. Also bis zum nächsten Video von der Meines Nullesie. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017